Nicht so! Ich will nicht! Ich will nicht! Schau an mich! Ich bin ein wirkliches Regierungssch�. Oh nein! Oh nein! Das ist alles in deinem Kopf, Ferdinand! Oh nein! Na gucken wie lange der das durchhält. Schade! Schau ihn weg! Wir werden ihn weg? Schade. Wie es nie passiert. Ich wünsche es nie. Herr Phillips, frag ihn über Tahir Javan. Warum hast du mich gefragt? Ich weiß Tahir! Ich habe diesen ganzen Theater. Er lebt in Chumash. Er lebt in Chumash. Das war nicht so schwer, war es? Hast du das gehört? Er lebt in Chumash. The western highway. Ok. Chumash. Du steckst. Erinnern. Terror ist nicht kaffee. Was ein dick. Wie sieht Michael aus, als würde er beim FIP arbeiten? Sind wir beim Büro und dem Anzug, den ich gerade überholt hab? Passt ja! Ähm. Aber wir müssen jetzt erstmal nach Chumash. Ähm. So wie sind Steve und Trevor zusammen? Sieht wie eine produktive Beziehung. Wie gesagt. Er hat seine Beziehungen. Und wie Sie sehen. Wir versuchen den vollen Beziehung. Dann was? Diese Sache mit der Agenten wird gesetzt und wir nicht mehr brauchen Sie. Genau. Und was über Trevor? Was über ihn? Ich brauche etwas Resolution, Davey. Sieh. 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 Die müssen sich von Brad'nです. und die Geschichte brett soll ja eigentlich im Gefängnis stehen die Prozent faked die Nachrichten an Treffer und bei der Ruhe ja wir mit der Beskürzung betort ja auf der Kürbett müssen immer aber wir stehen das ist schon genug folter so im Wiener ich finde das ist ja schon genug folter und immer wieder so anschließen ich kann den Balken gerecht sehen haa 170 ppm ähm ich bin bereit zu sprechen seit dem Tag ich hab Kipnat sechs Wochen später ich bin ja 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 diesen Mann wir sind nachher was sieht er aus? average height average height middle age ja ja das klingt wie du stolz das muss genug sein middle age middle height middle build whatever er ist dark okay er ist Azerbaijani Tatsache weiß ich wer das ist äh er war Linkshänder äh wir sind live sehen du jemanden da oben der könnte in Azerbaijani sein? was weiß ich du kannst in Azerbaijani sein das ist noch nicht hier was sieht er aus? sie sehen aus diese Stadt sieht aus aus Davy er war Linkshänder er ist auf jeden Fall noch nicht dabei das wird nicht mehr das wird nichts um das wird nichts um amm mach ich denk ich ich Entschuldigung damit zu lang Trevor mal was hat er gemacht heute was hat er gemacht er hat er gemacht heute einen Moment ich sie hat er ist sitzt los Das tut nur noch mehr, wie man es so macht. Ich bin schon eine kleine Foltermaschine. Achso, hier. Irrenmann hatte... Was stand da gerade unten? Mit Mercy? Keine Ahnung. Nö. Oh, he was a tough SOB, that little guy. Shit, that hurt so hard. Hasn't this man done enough for national security? In his heart? The light. Let me go through it. Er hat gerade einen Sterbenswunsch rausgehauen. Huh. So, what have you got for us? Hmm? We need Trev to shake up your memory again? No, no. No, no, no. No, no, no. Oh, he's got beard. Oh, he's got beard. He's got pushy beard. Uh-huh. I think you're making this up. No, no, I'm not. Huh? No. Yeah? I'm telling the truth. Pushy beard? Got any beardy types at this party? Huh? Because that's all Mr. K's given us. Huh? No. You know, I'm thinking maybe I'll just take two bullets and put them in our informant and just call an Airstrike on Chumash Beach. I need eyes on that party. Pick up the scope and give me a report. Who am I looking for? Steve saying beard. What do you got? Anything specific or is Stubble gonna cut it? Let's start it now. Man muss es bis zum Ende machen? Yeah, there's a few beard at this party. Ähm, weil dann taucht er erst auf, glaube ich. Damn. Beards are in fashion in Chumash. Land of beaches. Land of beaches. We need more. What is the land of blau? Keine Ahnung. Oh, he has a beard. He smokes. He smokes like a fucking Jimmy. I don't know. Trev, maybe one more time. Just to be sure. No, please. No. I told you, he smokes. That's all I know. Was ist denn da? Er hat auch schon wieder die in der Hand. Aber nehmen wir mal. Abwechslung tut gut ne? Das war der Oberarm. Mr. K. Mr. K. Ich weiß nichts, bitte. Okay. Er verwendet. Und er ist eine Hand. Was ist das? Er verwendet. Und er ist eine Hand. Ah, okay. Einige dieser Bearded-Güßt-Güßt-Güßt-Güßt-Güßt-Güßt-Güßt-Güßt-Güßt-Güßt-Güßt-Güßt-Güßt. ılar � roundets? Er ist 정er. Mensch, ich-ду bist ngüß. Werbaut wird... Er. Jeder dried? Jetzt komme ich! Kann man selbst irgendwем gep revolvingen? Ich weiße... ein Geihverdäuran Konnere... und... er Meu denn. Ah, ich sehe jemanden. Der Moranang- Herr Wanneer. Was zur Hölle? Das war der Typ. Ich hatte ein Gefühl. Er wird nachschauen. Wir haben ihn. Es ist fertig. Das ist ein Rapp, meine Freunde. Es ist ein Rapp für euch. Es ist ein Rapp für euch. Also, Trevor, wenn du dich umgekehrt hast, ich denke, wir sind alle bereit. Was willst du mit ihm machen? Ich würde sagen, er hat seine Vorteil. Oh, komm mal. Das ist ein Sport. Ach so, hat er aufs Bein geschlagen? Au. Fuck's sake. Komm mal. Los geht's. Okay, wir haben einen Fluss, um zu fangen. Okay? Oh, halt. Warum... Humpelt er? Oh, erst mal. Hey, wie war dein Kopf? Es tut es. Kannst du sprechen? Kind of. Are you gonna hold it together? I want to go home. I want to see my family. No, 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 no. You have no home. You have no family. That shit is over. I do. They're in the Morningwood. I love them very much. No, that's your old life. That's over now. You're off the grid. You're one of the invisible people. Just take me home. I'm taking you to the airport. You're gonna get on a plane. You're flying a long way from this country and you're gonna spread your message. I don't have a message. You're a torture advocate. Advocate? The media and the government would have us believe that torture is some necessary thing. We needed to get information. To assert ourselves. Did we get any information out of you? I would have told you everything. Exactly. Tortures for the torturer. Or the guy giving the order to the torture. You torture for the good times. We should all admit that. It's useless as a means of getting information. Departure! Me! Trevor has done so, eigener. Run. You're free. But my family is here. Your family is probably the ones who got you fucking in here. Alright? Now look, trust no one. You're alone now. Really? Yeah, really now let's go! Ich hab's mir gerade so im Kopf gedacht und am besten stoppelt er jetzt noch die Treppe runter. Ah! So. Wir haben heute die Folge bei Trevor angefangen, deswegen beenden wir auch die Folge wieder bei Trevor irgendwie heute. Was? Ein komischer Zufall. Folge. Aufnahme-Session sage ich. Wie meine ich? Erstmal mit 360 hier. Äh, Treffung ist das Grundstück im Elboro Heights. Ja, müssen wir gleichen. Nicht jetzt. Später. Denn... Ja, Pech. Hat halt ein Auto. Das ist auch ein Ort, wo man hier die Folge beenden kann. So. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme-Session wieder. Autor rein und ciao.